Alle Häftlinge verhöhnten den 75-Jährigen, als er im Gefängnis ankam. Als sie jedoch erfuhren, was er getan hatte, wollten selbst die gefährlichsten Verbrecher nichts mehr von ihm wissen. Romero, 75 Jahre alt und zu lebenslänglicher Haft verurteilt, schritt langsam durch die Gänge des Gefängnisses. Es war ein Ort, der so kalt und feucht war, dass es schien, als ob sogar Gott ihn verlassen hätte. Die feuchten Wände halten von den Schreien eines grausamen Lebens wieder, in dem Mitgefühl ein unbekanntes Konzept war und jeder Gefangene um sein Überleben kämpfte, um jeden Krümelbrot in dieser Hölle auf Erden. Als er den Innenhof betrat, in den die Sonne kaum eindrang, richteten sich alle Blicke auf ihn. Miguel, ein junger Mann, der für sein Ungestüm und seine Verachtung bekannt war, ließ keine Gelegenheit aus, sich über die offensichtliche Schwäche des neuen Mitglieds lustig zu machen. »Was willst du hier, Großvater, ey?« »Wir haben keine Windeln für dich«, rief er und provozierte damit das grausame Gelächter der anderen Gefangenen. Im Laufe der Tage wurde die Routine der Hänseleien und Witze, die Romero umgaben, immer intensiver. Die Häftlinge, die sich an der zerbrechlichen und schweigsamen Erscheinung des alten Mannes weideten, fanden in ihm ein leichtes Ziel für ihre Frustrationen und Grausamkeiten. Doch Romero blieb mit der Gelassenheit von jemandem, der schon viel schlimmere Stürme erlebt hat, ruhig, fast als wäre er in einer eigenen Welt, ohne die Straftaten und das Chaos um ihn herum wahrzunehmen. Die Mittagszeit im Gefängnis, die von vielen als ein kurzes Intermetz zu der Erleichterung inmitten des täglichen Chaos angesehen wird, war ein weiteres Kapitel in Romero täglicher Tortur. Nachdem er sich in der Kantine bedient hatte, suchte er sich eine abgelegene Ecke, um dort zu sitzen, immer begleitet von seinen Büchern, die seine einzige Zuflucht in dieser feindlichen Welt zu sein schienen. Während er sich in die Seiten vertiefte und sich zwischen den Zeilen und Absätzen verlor, wurde die Realität um ihn herum immer härter. Seine Momente der Abgeschiedenheit wurden von Miguel und anderen Häftlingen unterbrochen, die die offensichtliche Schwäche des älteren Mannes als Gelegenheit sahen, ihre Grausamkeit auszuleben. Ich glaube nicht, dass du das Fleisch willst, oder, Romero? Du bist doch Vegetarier, oder, sagte Miguel mit einem spöttischen Lächeln, bevor er sich das Recht anmaßte, die Fleischportion von Romero-Teller zu nehmen und lauthals verkündete. Jungs, ihr könnt sein Essen essen, er ist auf Diät. Einer nach dem anderen rückten die Häftlinge vor, stahlen Romero essen und ließen ihn mit wenig oder gar nichts zurück, um seinen vom Alter und den unmenschlichen Bedingungen des Gefängnisses bereits geschwächten Körper zu ernähren. Als die Nacht das Gefängnis mit ihrer Dunkelheit einhüllte, wurde Romero harte Routine von einer weiteren grausamen Wiederholung heimgesucht. Der Moment der Ruhe, der so notwendig ist, um Körper und Geist zu entspannen, verwandelte sich in eine weitere Tortur. Miguel, der seine tägliche Grausamkeit fortsetzte, wählte Romero Bett als sein eigenes aus und erklärte mit einem spöttischen Lächeln, »Heute schläfst du auf dem Boden mit den Ratten, Großvater.« Der resignierte Romero leistete keinen Widerstand. Er ging in eine Ecke der Zelle, wo eine alte, von der Zeit und der Vernachlässigung zerfressene Matratze auf ihn wartete. Diese stinkende Matratze war alles, was er noch hatte, um zu versuchen, sich auszuruhen. In der beunruhigenden Stille der Nacht, die nur durch die Geräusche entfernter Schritte und das gelegentliche Knarren von Gitterstäben unterbrochen wurde, versuchte Romero, in diesem erbärmlichen Bett etwas Trost zu finden. Doch die Anwesenheit von Ratten, die vom Geruch der Verlassenheit und der Verzweiflung angezogen wurden, machte eine Erholung unmöglich. Sie kamen nachts, frech und hungrig, knabberten an Romero Füßen und hielten sie für eine Nahrungsquelle. Diese qualvollen Nächte stellten nicht nur Rosemeros körperliche Grenzen auf die Probe, sondern belasteten auch seine geistige Ausdauer bis ins Unerträgliche. Doch trotz der Schmerzen und Abnutzungserscheinungen gab es etwas in Romero, einen Funken und Verwüstlichkeit und Würde, der nicht erlosch. Jeden Morgen stand er von der stinkenden Matratze auf und jeder bis der Ratten jede Demütigung, die er erdulden musste, schien die geheimnisvolle Kraft, die ihn weitermachen ließ, nur noch zu verstärken. Tag für Tag stellte sich Romero den Widrigkeiten, die das Gefängnisleben ihm auferlegte. Der Hunger, der sich durch seinen Magen fraß, das ständige Leiden in einer Umgebung ohne Menschlichkeit. Die körperlichen Schmerzen, die sowohl durch die ungesunde Umgebung als auch durch die gelegentliche Gewalt der anderen Gefangenen verursacht wurden. Dies waren die Schatten, die Tag für Tag über seiner Existenz hingen, ohne Aussicht auf Erleichterung oder Hoffnung. Und doch blieb Romero inmitten dieses Wirbelsturms von Herausforderungen und verwüstlich. Seine innere Stärke, die unerschöpflich zu sein schien, war ein Rätsel, das die Neugierde der anderen weckte. Warum lässt sich dieser Mann das alles gefallen? Diese Frage wurde unter den Gefangenen immer wieder gestellt. Im Gefängnis, wo die Zeit stillzustehen schien und die Hoffnung schwand, fand Romero Trost in seiner einsamen Routine. Mit Papier, Bleistift und seinem kostbaren Buch bewaffnet, suchte er eine sonnige Ecke auf, um in den Worten Zuflucht vor den Schatten zu suchen, die seine Existenz durchdrangen. Er setzte sich hin und gab sich dem Schreiben hin, formte Worte, die niemand sonst kannte, Worte, die Portale zu Welten waren, die weit von der harten Realität des Gefängnisses entfernt waren. In einem dieser Momente der Versenkung, als die Buchstaben aus seinem Stift flossen, nährte sich Miguel. Alter Mann, verschwinden Sie, ich will mich setzen, befahl er mit der Ungeduld und Unhöflichkeit, die ihren Umgang miteinander kennzeichneten. Romero, der in seine Welt der Worte vertieft war, blickte nicht auf, nicht aus Trotz, sondern weil er die feindselige Umgebung um ihn herum wirklich nicht wahrnahm. Irritiert über die ausbleibende Reaktion steigerte Miguel seine Aggression. Verschwinde von hier, du dreckiger alter Mann! Und ohne eine Reaktion abzuwarten, schlug er Romero in die Hände, so dass seine Papiere und Bücher in alle Winde verstreut wurden. Eine Geste der Verachtung, nicht nur für den Mann, sondern auch für die Zuflucht, die er im Schreiben gefunden hatte. Die Szene rief das Gelächter und den Spott der anderen Gefangenen hervor, einer grausamen Menge, die sich an der Erniedrigung anderer erfreute. Miguel, motiviert durch die Reaktion seiner Kameraden, trat nach vorne und trat Romero. der bereits am Boden lag und versuchte, seine Habseligkeiten aufzuheben. Nach dem harten Schlag, der Romero den Atem raubte, hallte grausames Gelächter durch die Atmosphäre, eine traurige Symphonie, die das Fehlen von Empathie und Mitgefühl an diesem Ort verdeutlichte. Es war, als wären alle in einer originalgetreuen Nachbildung der Hölle gefangen, in der das Böse und die Brutalität die Norm waren und Freundlichkeit so weit entfernt wie die Freiheit, die sie verloren hatten. Romero, der alle Prüfungen mit einer übernatürlich erscheinenden Kraft überstand, wurde für die einen zu einem stillen Symbol des Widerstands, während er für die anderen eine Zielscheibe des Spottes und der Grausamkeit blieb. Doch dann, in einem Moment, der so unerwartet war wie ein Blitz am Nachthimmel, ertönte eine Stimme laut und deutlich und unterbrach das Gelächter und die Beleidigungen. Das reicht, lass ihn in Ruhe oder du bekommst, was du verdienst. Die Autorität und Festigkeit dieser Stimme ließ alle aufhorchen und von Romero abrücken. Während er noch auf dem Boden lag und nach dem brutalen Angriff zu Atem kam, nährte sich eine Gestalt, die die Sonne verdunkelte, die seine Augen blendete. Eine besorgte Stimme durchbrach die Stille. Ist alles in Ordnung, Herr Romero? Bei dem Versuch, seine Sicht zu korrigieren, erkannte Romero die Silhouette und murmelte überrascht. Marcos, bist du das? Die Antwort kam mit einer ausgestreckten Hand. Ja, Herr Romero, das Schlimmste ist überstanden, jetzt können Sie aufstehen. Marcos, der unter den Gefangenen für seinen Respekt und die Aura der Gefahr, die ihn umgab, bekannt war, war die letzte Person, von der viele erwartet hätten, dass sie Romero verteidigt. Don Marcos, der gefährlichste und angesehenste Verbrecher in diesem Gefängnis, der von vielen gefürchtet und von wenigen herausgefordert wurde. Das allgemeine Erstaunen war groß, als er neben Romero stand, der bis dahin als zerbrechlich und ständig gedemütigt gegolten hatte. Sind Sie verrückt? Weißt du, wer dieser Mann ist? Marcos' Frage wurde mit Verachtung und Trotz in den Raum geworfen, woraufhin sich eine angespannte Stille über die Gefangenen legte. Diejenigen, die kurz zuvor noch gelacht und sich an der Demütigung beteiligt hatten, schreckten nun vor Marcos' imposanter Präsenz und dem Gewicht seiner Worte zurück. Don Marcos durchbrach die Stille mit seiner tiefen Stimme und forderte die Blicke der Anwesenden heraus. Ihr denkt also, ihr seid die harten Kerle hier, was, sagte er. Ihr glaubt, dass jeder Angst vor euch hat, nicht wahr? Der respektvolle Ton in seiner Stimme war deutlich zu hören, als er Romero ansprach. Onkel Romero, wie Marcos ihn nannte, sagte, könntest du bitte dein Hemd ausziehen? Langsam, mit einer Bewegung, die sowohl Enthusiasmus als auch Stärke widerspiegelte, begann Romero, sein Hemd auszuziehen, wobei seine Haut von unzähligen Narben gezeichnet war, stumme Zeugen einer schmerzhaften Vergangenheit. Als die Spuren von Schnitten und Peitschenhieben sichtbar wurden, ging ein Raunen des Entsetzens durch den Raum und ungläubige Blicke richteten sich auf Romero-Körper, der mit mehr als 500 Narben eine Geschichte des Schmerzes erzählte. Don Marcos, der wieder einmal die Aufmerksamkeit aller auf sich zog, erklärte ernsthaft, Dieser Mann ist der mutigste und gefährlichste, den ich kenne, er hat mein Leben und das von mehr als 200 Frauen und Kindern während des Holocaust gerettet. Einige hier wissen vielleicht nicht einmal, was das bedeutet, während andere es vielleicht durchgemacht haben. Wissen Sie, was er dort erlitten hat? Er wurde mehr als 300 Tage lang gefoltert und hat trotzdem nie verraten, wo wir uns versteckt haben. Er hat uns beschützt und als er schließlich gefangen genommen wurde, hat er all das für mein Leben, für das Leben meiner Mutter und für mehr als 200 andere Menschen ertragen. Marcos' Enthüllung brachte nicht nur das Gelächter und den Spott zum Schweigen, sondern veränderte auch die Art und Weise, wie alle im Gefängnis Romero sahen. Von diesem Moment an war er nicht mehr nur ein gebrechlicher alter Mann und eine Zielscheibe für Demütigungen. Romero war ein Held, dessen Tapferkeit und Aufopferung zahllose Leben gerettet hatte und der unvorstellbare Schrecken mit einer Stärke überwand, die nur wenige von sich behaupten konnten. Mit der unbestreitbaren Autorität eines Mannes, der in diesen Mauern Respekt und Furcht genoss, richtete Don Marcos seinen Blick auf jeden der Gefangenen und unterstrich seine nächsten Worte mit einer Ernsthaftigkeit, die wenig Raum für Zweifel ließ. Wenn ich von nun an sehe, dass jemand etwas gegen ihn unternimmt, könnt ihr sicher sein, dass diese Person früher oder später in die Hölle kommt. Das Schweigen, das folgte, war voller Bedauern und Anerkennung der Ungerechtigkeiten, die Romero widerfahren waren. Diesmal sprach MSGR Marcos über einen anderen Punkt der Ungerechtigkeit, unter der Romero litt. Und noch etwas, wie ich gehört habe, wird ihm sogar euer Essen weggenommen, und von heute an werdet ihr, bis ich euch etwas anderes sage, euer Fleisch und euer Obstonkel Romero geben, denn dieser Mann ist wie ein Vater für mich, habt ihr verstanden. Die Antwort war ein kollektives Einverständnis, ein gemurmeltes Ja, das durch die Gruppe ging und die von Don Marcos auferlegte Verpflichtung besiegelte. Mit der von Marcos herbeigeführten Veränderung bekamen Romero Tage im Gefängnis eine neue Farbe. Einst Zielscheibe von Spott und Grausamkeit, ging er nun unter einem Mantel des Respekts durch die Gänge, der das Verhalten aller um ihn herum veränderte. An die Stelle von Beleidigungen traten herzliche Begrüßungen und die besten Vorteile des Gefängnisses, die er sich zuvor nicht vorstellen konnte, wurden ihm nun angeboten, ohne dass er darum gebeten hätte. Doch Romero, der seinem Wesen treu blieb, kümmerte sich wenig um diesen Luxus. Zu den Mahlzeiten wurde sein Tisch mit Fleisch und Obst beladen, ein großzügiges Angebot der anderen Gefangenen, aber er bewahrte seine Bescheidenheit, indem er nur das aß, was er brauchte. In dieser neuen Umgebung wandte sich Miguel, der Mann, der einst die Grausamkeit gegen Romero symbolisierte, an ihn, um ihn zu erlösen. Herr Romero, bitte verzeihen Sie mir, jetzt weiß ich, warum Sie alles, was ich getan habe, ertragen haben. Was ich getan habe, war nichts im Vergleich zu dem, was Sie erlitten haben, gestand Miguel mit einer Stimme voller Schuld und Reue. Mit einem Blick, in dem sich Verständnis und Wohlwollen mischten, antwortete Romero, »Schon gut, mein Junge, ich weiß, dass es hier nicht einfach ist, ich vergebe dir.« Auf den Knien und mit Tränen in den Augen drückte Miguel seine Bewunderung aus. »Sie sind ein großer Mann, Herr Romero.« Und in einer Geste der Demut fragte er, »Jeder hier ist bereit, Ihnen von jetzt an zu helfen, was brauchen Sie?« Angesichts dieser Frage erzählte Romero ein Stück seiner Geschichte und offenbarte eine Verletzlichkeit, die bis dahin verborgen geblieben war. Heute bin ich ein armer Mann, ich habe mein Haus und alles, was ich hatte, wegen einer Person verloren, der ich vertraute. Romero war zur Seele des Gefängnisses geworden, zu einer fast mythischen Figur, deren Anwesenheit Veränderung und Respekt hervorrief. Um ihn herum versammelten sich mehr als 30 Häftlinge, die von alten Zeiten und bedeutsamen Erfahrungen erzählten. Der Respekt, der ihm entgegengebracht wurde, überstieg die Grenzen von Angst und Autorität. Es war ein Respekt, der aus der Bewunderung für seine unerschütterlichen Werte und seine Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden, erwuchs. Sein positiver Einfluss war erstaunlich weit verbreitet und veranlasste viele dazu, in Büchern nach Wissen zu suchen, schreiben zu lernen und gegenseitigen Respekt zu pflegen. Theo Romero wurde zu einem Lichtpunkt in einem von Schatten beherrschten Ort, zu einem lebendigen Symbol für Würde und Menschlichkeit. Und selbst inmitten der Verehrung, die alle ihm entgegenbrachten, blieb eine Frage bestehen, ein Schatten, der über der Geschichte seiner Ankunft auf dem Schauplatz hing. Aber ich habe eine Frage, Onkel Romero, warum bist du hier? In diesem Moment enthüllte Romero mit der Gelassenheit eines Menschen, der eine schmerzliche Wahrheit mitteilt, die Quelle seiner Ungerechtigkeit, den Verrat an seinem eigenen Enkel. Er erzählte, wie er sein Leben der Betreuung des jungen Mannes gewidmet hatte, nur um dann mit dem grausamsten aller Verrate belohnt zu werden. Sein Enkel hatte Drogen in seinem Haus platziert und ihm etwas angehängt, sich seine Freiheit, sein Geld und sogar sein Haus angeeignet. Die Ungerechtigkeit seiner Situation war spürbar, eine offene Wunde, die in tiefem Kontrast zur Integrität seiner Seele stand. Bischof Marcos, bewegt von Romero-Geschichte, handelte schnell. Morgen, während des Besuchs, werde ich mit Ignatio sprechen, er wird es in Ordnung bringen, da können Sie sicher sein, Sie sind ein gesegneter Mann, Sie verdienen es nicht, hier zu sein wie wir. Marcos' Worte spiegelten das kollektive Gefühl wider, dass Romero mehr als nur ein Gefangener war. Er war ein Mann, der durch die Stärke seines Charakters die Umstände, die ihn gefangen hielten, überwunden hat. Ihm zu ehren sollte eine Statue errichtet werden, das ist sicher, schloss Marcos und würdigte Romero Größe, nicht nur als Überlebender, sondern auch als Lebenskünstler, dessen Lehren von Widerstandsfähigkeit, Vergebung und Würde innerhalb und außerhalb dieser Mauern ein unsterbliches Vermächtnis bleiben würden. Nach einem Jahr ließ Don Marcos seine Kumpane auf der Straße Romero Enkel Dario treffen. Und nach einem besonderen Gespräch, wenn Sie verstehen, was ich meine, brachten sie Dario dazu, sich der Polizei zu stellen und das ganze Komplott gegen seinen Großvater zu übernehmen. Dario, der Enkel, der Romero verraten hatte, wurde dazu gebracht, seine Verbrechen zu gestehen und die Verantwortung für die unrechtmäßige Verurteilung seines Großvaters zu übernehmen. Als die Wahrheit ans Licht kam, wurde Romero Unschuld anerkannt und der Tag seiner Entlassung war ein Moment tiefer kollektiver Ergriffenheit innerhalb der Gefängnismauern. An seinem letzten Tag spielte sich eine unvergessliche Szene ab. Alle Gefangenen standen in einer Reihe und applaudierten Romero zehn Minuten lang. Der Applaus war nicht nur ein Abschiedsgruß, sondern eine Anerkennung des transformativen Einflusses, den Romero auf sie alle gehabt hatte. Tränen der Dankbarkeit und des Respekts flossen über Romero Gesicht, während Don Marcos mit emotionsgeladener Stimme sagte, »Du hast es verdient, Onkel Romero, ich hoffe, es geht dir gut.« Vor den Augen aller sprach Romero seine letzten Worte, eine Mischung aus Dankbarkeit und Hoffnung. »Zuerst dachte ich, ich würde die ersten Tage nicht überstehen, aber tief im Inneren wusste ich, dass ich euch viel zu lehren hatte. Ich hoffe, dass ihr alle bereut, euch ändert und das Richtige tut.« Dieser Ort ist von vielen vergessen, aber bei Gott, er ist noch nicht vergessen. Der Abschied war nicht nur von Tränen geprägt, sondern auch von einem letzten Moment der Heiterkeit, als Romero mit Miguel scherzte. Miguel, hör auf, die Ratten zu füttern, sie sind zu fett. Miguel, der zwischen Lachen und Tränen schwankte, antwortete, »Und du denkst, ich versuche, was zu tun, Onkel Romero, ey!« Das kollektive Lachen, das daraufhin folgte, milderte die Traurigkeit des Abschieds. Nach dem Weggang Romero war das Gefängnis nicht mehr dasselbe. Der Einfluss seines Charakters und seiner Lektionen hinterließ tiefe Spuren in den Herzen und Köpfen der Gefangenen und verwandelte diese düstere Atmosphäre in einen Ort, an dem Werte wie Ehre und Loyalität an Bedeutung gewannen. Als Dario, der Enkel, der Romero verraten hatte, das Gefängnis betrat, verfolgte ihn das Gewicht seiner Taten wie ein dunkler Schatten. In seinen Augen war Angst zu erkennen, denn er wusste, dass seine Ankunft nicht unbemerkt bleiben würde. Die Nachricht von seiner Identität verbreitete sich wie ein Lauffeuer und schon bald bildete sich eine Schar von Gefangenen um ihn herum, alle mit dem gleichen Blick der Verachtung und Missbilligung. Dann näherte sich Don Marcos, dessen Autorität und Respekt unter den Gefangenen in seinem Auftreten deutlich wurde. Seine Frage war direkt ein Echo der Spannung, die in der Luft lag. Bist du Romero Enkel? Ey! Dario ängstliche Bestätigung verstärkte die angespannte Atmosphäre nur noch und Miguel, der die kollektive Empörung widerspiegelte, schaute zu Don Marcos, um zu erfahren, wie er vorgehen sollte. Marcos, dessen Loyalität gegenüber Romero immer wieder unter Beweis gestellt worden war, ließ keinen Zweifel an seiner Entscheidung aufkommen. Natürlich möchte ich, dass du diesem jungen Mann eine Sonderbehandlung von Seiten des Hauses zukommen lässt, erklärte er und besiegelte damit Darios Schicksal innerhalb des Gefängnisses. Miguel erwiderte daraufhin. Wir werden ihm alles geben, was er verdient. Wir werden ihm alles geben, was er verdient. Subtitel Eingang Verbiot Verbiot